Es geht um die Zeit. Steini hält traditionell Vorträge zu Philosophie, Kosmologie, Quantenphysik auf dem Kongress. Es ist immer mit viel Rotwein und einem Schneidersitz verbunden und ich freue mich sehr, dass ihr hier alle dafür da seid. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dankeschön, dass du hier bist. Danke. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich habe ja ein geiles Image offensichtlich irgendwie eingesammelt. Ja, die Idee war, also kurz wie es zu dem Vortrag kam, ja, ich halte eigentlich jedes Jahr irgendwie einen Vortrag und jedes Jahr ist der doch überraschend spontan. So auch dieses Jahr. Das ist so ein bisschen was, was ich gerne geschehen lasse und gucke, was passiert. Und so wird auch der Vortrag werden. Nur das vorweg. Das Thema habe ich ja so vage vor ein paar Tagen mal überlegt. Mir nicht aber groß überlegt, ob ich den Vortrag überhaupt halte oder nicht. Ich dachte, das kommt dann schon irgendwie. So kam es dann auch. Ich kriege da eine E-Mail, wo der Vortrag, den ich nicht eingereicht hatte, bestätigt wurde. Auf der Bühne hier. Und damit war dann klar, ich mache den Vortrag. Es geht um die Zeit. Zeit ist, und ich habe das extra drunter geschrieben, das ist ungefähr da, ich sage mal, genauer als im Subtext, da, wo sich die Quantenphysik, die Relativitätstheorie und die Philosophie treffen. Da wird es Zeit, über Zeit zu reden. Weil die Zeit, das ist ein wirklich, 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 wirklich vertracktes Ding. Also, oder auch kein Ding. Keine Ahnung. Also so richtig klar, was die Zeit ist, ist ja eigentlich nicht. Wir fangen mal vorne an und überlegen uns mal, was können wir denn über die Zeit so wissen. Zunächst mal, Zeit ist was, was irgendwie voranschreitet, ja. Das merkt ihr jetzt alle gerade selber. Das geht irgendwie, das ist so, Zeit ist so Gegenwart. Die kommt aus der Vergangenheit und geht irgendwie, fließt quasi in die Zukunft. Na, und, ähm, da wird es dann auch schon schwierig. So, ähm, wie, wie macht es denn das? Also, wenn wir das jetzt vergleichen mit so elektromagnetischen Schwingungen, ja, da schwingt so ein Feld. Okay, das ist jetzt auch nichts Reales zum Anfassen, aber da ist immerhin was, das kann man mathematisch, physikalisch sehr gut beschreiben. Das ist ein Feld, das schwingt und das hat dann Eigenschaften und da passieren Dinge. So, das ist mit der Zeit irgendwie nicht so. Die Zeit hat irgendwie kein, ja, kein, nichts, worin sie sich bewegt. Nichts, was sie so ausmacht. Das kommt einem schon, das wird einem schnell klar, wenn man so die Zeit betrachtet als, als, ähm, in der Relativitätstheorie wird die Zeit als, ja, nicht alleinstehen, sondern als Raumzeit beschrieben. Raumzeit ist so, ja, eine Dimension, ja, und ihr merkt schon, das ist wahnsinnig schwierig, sich der Zeit überhaupt habhaft zu werden. Äh, in der, ähm, Relativitätstheorie hast du eine, ja, da ist eine Zeit nichts anderes als noch eine Dimension Raum. Da ist aber nichts drin, was dazu führen würde, dass die voranschreitet. Dass eins nach dem nächsten passiert. Das kommt da eigentlich nicht vor. Klar, Kausalität hat schon irgendwas mit Zeit zu tun. Ähm, das heißt, Dinge passieren aufgrund von anderen Dingen, die vorher passiert sind. Da haben wir dieses, auch wieder dieses Ding von vorher und nachher. Aber, ähm, es ist, ähm, ja, definiert physikalisch als eine operationale Größe, also über die Messung, die wir machen. Und die Messung ist so ein bisschen bescheuert. Da merkt man auch gleich, wie schwer sich auch Physikerinnen und Physiker tun mit der Zeit. Weil die Zeit wird definiert über das Messen von Intervallen. Und Intervall ist ja nun irgendwie definiert über die Zeit, die vergeht zwischen den beiden Momenten. Das heißt, ich messe die Zeit mit irgendwas, was Zeit braucht. Das heißt, ich messe irgendwie die Zeit mit sich selbst und teile sie jetzt einfach nur virtuell in irgendwelche Schritte ein und sage so, und hier läuft die Zeit und das ist mein Intervall und das Intervall kommt das nächste. Und damit ich das gut messen kann, ist es hilfreich, wenn all diese Intervalle gleich lang sind. Und dann kann ich sie zählen und dann kann ich sagen, jetzt ist 17 Intervalle vergangen und deswegen ist nach 34 Intervallen doppelt so viel Zeit vergangen. Aber ist das jetzt wirklich so? Also ist es jetzt tatsächlich eine valide Form, so eine physikalische Größe zu beschreiben? Ich muss hier immer mal ein bisschen gucken, weil das sehr viele Themen sind, von denen ich keinen vergessen will. Wir haben, das mit diesen Intervallen ist eine ganz schlechte Lösung, um eigentlich um Zeit zu messen, um das Fließen der Zeit zu messen, weil was uns fehlt, ist was zu beschreiben, was das ist, wenn die Zeit nicht fließt. Also macht folgendes Gedankenexperiment, stellt euch vor, wir halten die Zeit an und dann lassen wir die Zeit weiterlaufen. Wie lange haben wir die Zeit jetzt angehalten? Können wir irgendwas darüber aussagen, wenn die Zeit nicht vergeht, wie lange die Zeit stehen geblieben ist? Das kann doch nur ein Beobachter, für den die Zeit weitergeht. Es gibt also in diesem Zeitbegriff offensichtlich kein Außen. Ich will sagen, es ist uns nicht möglich, nicht ohne einen aus dem gesamten Raumzeitgefüge herausgelösten Beobachter zu beschreiben, der sagen könnte, wie lange es jetzt gedauert hat, als diese Zeit stehen geblieben ist. Und dann wird es interessant, weil was wir nämlich auch nicht können, wir können nicht sagen, in Wirklichkeit, wir können nur Intervalle messen, aber wir können nicht sagen, wie lange hat es denn von jetzt bis jetzt gedauert. Weil was wir nicht können, ist feststellen, ob zwischen jetzt und jetzt die Zeit stehen geblieben ist, 14,5 Milliarden Jahre Stand und dann gingen sie weiter. Ja, das wissen wir nicht, weil ja, in der Zeit ist ja keine Zeit vergangen, macht aber auch der Begriff 14 Milliarden Jahre keinen Sinn. Ihr versteht schon, da ist also kein, wie soll ich das beschreiben, Ding zwischen den einzelnen Zeitpunkten. Es ist schwierig zu definieren, da ist ein Zeitpunkt T1 und da ist ein Zeitpunkt T2 und zwischen diesen beiden Zeitpunkten haben so und so viele Zeit irgendwas gelegen. Ja, das geht bei anderen Dingen, geht das relativ gut. Da haben wir so Größen, die können wir gut beschreiben, wie wir könnten jetzt also versuchen uns zu nähern und sagen, die Planckzeit ist so die kleinstmögliche Zeit, dann haben wir aber wieder das Problem, dass wir sagen, na gut, wenn wir jetzt also nach Planckzeit, Planckzeit ist die Zeit, die das Licht braucht, um den Planckraum zu destreifen. Wer, meine Kosmologie und Quantenphysik, war es da, weiß ich gar nicht, jetzt habe ich das genauer beschrieben, was die Planckzeit ist. Das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitpunkt, 10 hoch minus 34 Sekunden, aber die Frage steht völlig offen im Raum, ist das der kleinstmögliche Zeitintervall? Physikalisch gesehen machen kleinere Zeitintervalle wenig Sinn, weil das ja dann Räume beschreiben würde und Größenordnung, in denen Dinge sofort zu schwarzen Löchern wird. Aber es ist trotzdem nicht entscheidbar heute, ob Zeit etwas ist, was in Schritten passiert oder die ganze Zeit so fließt, vor sich hin fließt. Und wenn wir hier also die Zeit betrachten, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das wisst ihr spätestens seit dem Vortrag über Relativitätstheorie, mit so etwas, was wir umgangssprachlich total gut kennen, nämlich gleichzeitig. Gleichzeitig heißt ja, zwei Dinge passieren im selben Moment. Und ja, das gibt es nicht. Es gibt denselben Moment nicht. Warum nicht? Sie können eigentlich nur dann gleichzeitig passieren, wenn sie auch am selben Ort passieren. Wenn sie nicht am selben Ort passieren, gibt es nämlich keine Einigkeit darüber mehr, ob die Dinge wirklich gleichzeitig passiert sind. Gleichzeitigkeit ist relativ. Ja, ich kann also, es hängt vom Betrachter ab, ob ich sage, das eine ist gleichzeitig mit dem anderen passiert oder das eine ist etwas früher als das andere passiert. Das hängt davon ab, wie schnell ich mich bewege, ob ich beschleunigt bin, ob sich die Informationsquelle mit mir bewegt und so weiter. Ja, das sind alles Faktoren, die relativ zu dem Betrachter sind. Und ganz interessant dabei, und das ist wichtig, das betrifft nicht die Kausalität. Obwohl sich Betrachter nicht einig darüber sind, ob Dinge gleichzeitig passiert sind oder nacheinander, sind sie sich unter allen Umständen völlig einig darüber, ob sie kausal gewesen sein können, physikalisch gesehen. Das heißt, ich kann trotz der Unmöglichkeit der Gleichzeitigkeit die Kausalität nicht umkehren. Ich kann nicht sagen, der eine Beobachter sieht, dass das eine vor dem anderen passiert ist, also A ist vor B passiert oder B folgt aus A und der andere Beobachter sieht, A folgt aus B. Das ist tatsächlich ausgeschlossen, aus interessanten Gründen, die jetzt by far zu weit führen würden. Aber wen das interessiert, die spezielle Relativitätstheorie legt das sehr, sehr schön nahe. Das Problem aber auch mit der Messung von so Dingen und der Frage, wann genau sind sie denn passiert, hängt stark damit zusammen. Ich muss machen Beispiel, wenn ich die Lichtgeschwindigkeit messen will von hier nach da, Ich möchte also die Zeit messen, die ein Ereignis braucht, mit Lichtgeschwindigkeit von hier nach da zu kommen, dann brauche ich, ja was? Naja, zwei Uhren, ist klar. Ich brauche zwei Uhren, die eine Eigenschaft haben, die ganz wesentlich ist, sie müssen synchron sein. Ich brauche also zwei synchrone Uhren, die laufen exakt gleich, eine läuft hier, eine läuft da. Ich merke mir die Zeit, wenn ich was losgeschickt habe, ich messe die Zeit, wenn es angekommen ist und dann kann ich sagen, naja, das hat so und so lange gedauert. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Seit Einstein wissen wir, wir müssen diese Uhren, um sie synchronisieren zu können, müssen sie Informationen austauschen, damit sie auch wirklich gleich gehen, müssen sie sich am selben Ort befunden haben, als ich sie gestellt habe. Und dann muss ich die eine Uhr von dem einen Ort zu dem anderen Ort bringen. Dazu muss ich sie bewegen. Ja, das ist scheiße. Wenn ich eine Uhr bewege, dann vergeht für die bewegte Uhr relativ zu der anderen Uhr, ich beschleunige die ja und bremse die wieder, dann geht für die Uhr die Zeit anders. Das heißt, ich habe ein Riesenproblem jetzt, zwei Uhren an zwei verschiedenen Orten synchron gehen zu lassen. Ich kann es soweit schon mal verraten, eigentlich geht es nicht. Da gibt es Wüste und interessante Konstrukte, wie Physikerinnen und Physiker versuchen, das zu retten. Die sind meiner Meinung nach alle nicht so ganz valide und dann kommen dann so gerne so Dinge zu Tage, wo dann Menschen behaupten, ja, per Definition sagen wir jetzt, dass die Uhren gleich gehen. So, das halte ich für schwierig, weil es ist nachvollziehbar, wenn wir der speziellen Relativitätstheorie folgen möchten, dann gehen die Uhren nicht mehr synchron, wenn ich eine Uhr von der anderen wegbewegt habe. Das tun die nicht. Das ist vielleicht nur ein kleiner Unterschied, aber daraus folgt, dass es, naja, zumindest nicht so ganz einwandfrei ist, zu sagen, die Lichtgeschwindigkeit. Und in dem Kontext ist mir lieber zu sagen, die Ereignisgeschwindigkeit, weil das Licht zufällig diese Geschwindigkeit hat, ist ja jetzt nur so ein Randdetail. In Wirklichkeit bewegt sich eben kein Ereignis. Und davon hängt ja die Kausalität ab, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit, diese Ereignisgeschwindigkeit, diese maximale, die wir Lichtgeschwindigkeit nennen, die kann ich also eigentlich gar nicht messen für von hier nach da. Ich kann die nur vernünftig messen von hier nach da und wieder zurück. Weil dann kann ich mit ein und derselben Uhr messen. Das heißt, ich kann tatsächlich nur eine sichere Aussage darüber machen, wie lange das Licht von hier bis zum Spiegel und zurück brauchte. Und daraus mittel ich die Lichtgeschwindigkeit, dass ich sage, also, das hat von hier nach da halb so lange gedauert wie von hier nach da und wieder zurück. Aber das muss überhaupt gar nicht so sein. Es gibt ein paar Gründe anzunehmen, weshalb das eine gute Idee ist, das doch hinzunehmen. Aber wie gesagt, da sagen Physikerinnen und Physikerinnen immer, ja, per Definition ist das halt doch so. Weil der sogenannte langsame Uhrentransport und daraus kann man jetzt was interpolieren und am Ende kommt raus, ja, es ist doch synchron oder vielleicht auch nicht. Ich persönlich finde das schwierig, habe jetzt keinen für mich schlüssigen Anhaltspunkt, wenn einer von euch, eine von euch oder jemand im Stream da konkretere Anhaltspunkte hätte. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wie das ist mit der Einweglichtgeschwindigkeit. Ich halte die nicht für völlig schlüssig wissenschaftlich vollständig belegt, aber da kann ich mich wirklich irren. So, ganz interessant folgt also aus dieser Ereignisgeschwindigkeit, dass es Orte gibt, die sind mit mir offensichtlich kausal gar nicht verbunden. Ja, ich mache ein Beispiel, wenn in einem Jahr auf Alpha Centauri was passiert. Alpha Centauri ist ungefähr vier Lichtjahre weg von hier. Wenn in einem Jahr da irgendwas passiert, dann kann das unmöglich mit irgendwas zu tun haben, was hier auf der Erde passiert ist. Weil ein Ereignis braucht vier Jahre bis Alpha Centauri. Das heißt, diese beiden Ereignisse sind nicht kausal und zwar unmöglich. Man könnte sagen, da passiert was anderswo. Man nennt das in der Physik, die sind raumartig getrennt. Und die können keinen Einfluss aufeinander haben. Also alle Ereignisse ziehen so Kegel hinter sich und vor sich her, in denen man definieren kann, was kausal verbunden sein kann und was nicht. Und alles, was außerhalb der Erreichbarkeit per Lichtgeschwindigkeit liegt, kann also auch nicht kausal verbunden sein. So, jetzt haben wir schon mal soweit ein paar Dinge definiert und konstruiert. Wir haben festgestellt, dass Zeit irgendwie nur ein Parameter ist. Das ist ja also kein so ein richtig greifbares Ding. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, weshalb es nur in einer Richtung wandert. Ja, stellt euch ein Buch vor. Das wandert ja auch in eine Richtung, aber nur, weil ihr es so rumlest. Ja, ihr könntet die Dinge auch andersrum lesen. Und es ist auch, ja, vielleicht gar nicht zwingend erforderlich. Also es gibt keinen physikalischen Grund so recht, weshalb Dinge nicht reversibel sein könnten, außer die Wahrscheinlichkeit. Und da kommen wir zu einem Punkt, der für mich persönlich sehr eng mit der Zeit verbunden ist, nämlich die Entropie. Entropie muss man vielleicht kurz erklären. Entropie ist, je chaotischer Durcheinander, zerfledderter was ist, je unordentlicher es ist, umso höher ist die Entropie. Das mag euch in eurem Zimmer dann zu Hause auch gerne mal bekannt vorkommen. Stellt euch vor, ein Kinderzimmer, Kindergeburtstag und ihr steckt da sieben Kinder rein und lasst die mal machen für drei Stunden, dann wisst ihr, was Entropie ist. Der zweite Hauptsatz, der Thermodynamik, jedes sich selbst überlassene System, in dem Fall die Kinder in dem Zimmer, strebt dem größtmöglichen Zustand der Unordnung entgegen. Das ist extrem eng verbunden mit der Zeit. Es ist tatsächlich eigentlich, wenn man genau hinschaut, einer der wenigen Gründe oder Ursachen dafür, dass Zeit überhaupt voranschreitet und nicht andersrum. Nämlich die Entropie nimmt zu mit der Zeit. Und das ist rein statistisch total erforderlich. Deswegen möchte ich es ein bisschen erklären, weil Entropie und Zeit ist wahnsinnig eng miteinander verknüpft, weil wenn ihr jetzt ein komprimiertes Gas in einer Gasflasche habt, dann ist das da erstmal drin und relativ geordnet. Aber es nimmt halt diesen ganzen Raum ein und hat damit erstmal den größtmöglichen Zustand seiner Entropie. Ihr werdet also nicht die Hälfte des Gases oder zwei Drittel des Gases auf der einen Hälfte der Flasche finden und ein Drittel auf der anderen Hälfte, sondern das wird sich da gleichmäßig verteilt haben. Da ist jetzt aber Druck drauf, also größerer Druck als draußen. Jetzt macht ihr die Flasche auf, nun kommt das Gas da raus. Ja, warum eigentlich? So, ja, natürlich kann man jetzt sagen, naja, weil da stoßen ja die Dinge aneinander, was übrigens ja auch Zeit braucht, dass diese Dinge aneinander stoßen. Aber rein statistisch ist die Anzahl von möglichen Zuständen, die dieses Gas, diese Moleküle in der Flasche haben kann, auf den gesamten Raum betrachtet, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du ein Molekül irgendwo findest außerhalb der Flasche, viel größer als drinnen. Ja, es ist also viel wahrscheinlicher, dass du, wenn du nach einer Zeit guckst, die Moleküle draußen findest und nicht drinnen, weil die Möglichkeiten brauchen gar nicht mit Druck zu argumentieren, das ist ganz wichtig, sondern nur rein statistisch ist draußen mehr Platz als drinnen. Das heißt, rein statistisch, rein nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, wirst du mit fortschreitender Zeit draußen mehr Moleküle finden als drinnen. So lässt sich physikalisch ohne weiteres Druck erklären. Und durch Druckdifferenzen wird, ja, die Entropie größer, weil es ist viel, viel, viel unwahrscheinlicher, dass diese Moleküle da wieder reingehen in die Flasche und viel mehr Moleküle einen kleineren Raum aufnehmen. Das ist tatsächlich, wenn wir in der Physik nachschauen, eine der ganz wenigen Ursachen, wenn du so willst, dafür, dass Zeit eine Richtung hat. Und bei der Gelegenheit, und da kommen wir jetzt langsam so ein bisschen in die, hatte das ja so ein bisschen auch als philosophischen Talk angekündigt, da wird es dann auch, Disclaimer gleich, ab da hört es dann wirklich auf, wissenschaftlich zu werden, sondern driftet herrlich ab, machen wir gleich. Aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir die Moleküle alle wieder in der Flasche finden. Das ist nur wahnwitzig unwahrscheinlich. So, es gibt einen Zustand, der dieses Glas hier als, oder sehr wenige, die dieses Glas als heile beschreiben, aber wenn ich es hinschmeiße, gibt es quasi unendlich viele mögliche Zustände, in der dieses Glas kaputt ist. Aber nur ganz wenige, in der das Glas noch ein Glas ist, also wieder ein Glas ist. Das heißt, wenn es von hinreichend großer Höhe hinfällt, ist es viel, 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 viel wahrscheinlicher, dass es kaputt ist, weil es nicht, weil da Kräfte wirken, wenn es hinfällt, sondern weil es einfach statistisch gesehen viel mehr Möglichkeiten gibt, kaputt zu sein als heile. So, warum sage ich das? Zeit, und jetzt will ich euch entführen, abholen, woanders hin. Versucht euch mal, ich weiß, das ist ein bisschen knifflig, vorzustellen, wie das mit der Zeit ist, wenn ihr keine Erinnerungen hättet, so gar keine. Wenn ihr no memory, ja, also hier verschreitet die Zeit, du und du und du, ihr guckt so, wie die Zeit verschreitet, aber ihr erinnert euch nicht an den Moment vor einer Millisekunde, vor zwei, vor fünf, vor zehn, vor zwanzig, also an gar keinen in der Vergangenheit. Ihr erinnert euch, ihr verarbeitet in eurem Gehirn nur die Ereignisse im Hier und Jetzt. Das, was man gemeinhin Gegenwart nennen würde, warum auch immer. Also diese Gegenwart ist ja witzig, scheint ein ganz besonderer Punkt zu sein in dieser Zeit. Ja, warum? Und da will ich euch jetzt hinlocken, warum ja, aus dem Unterschied zwischen Erinnerung und Erwartung. Ihr befindet euch also in einem, wenn ihr Zeit wahrnehmt, in einem Moment, in einem Zustand aus Erinnerung und Erwartung. Und damit ihr diesen Zustand habt, muss überhaupt gar keine Zeit vergehen. Es reicht völlig, dass ihr diese Erinnerung und die Erwartung habt. Das kann ein Zustand sein, so wie ihr in einem Buch innehalten könnt, während ihr lest. Und dann habt ihr als Lesende, als außenstehende Betrachter sozusagen ein Element der Erinnerung. Ihr habt das Buch ja bis dahin gelesen und ein Element der Erwartung, also eine unbekannte Zukunft, wo bestimmte Wahrscheinlichkeiten für Dinge passieren, drinstehen, aber ihr wisst sie noch nicht. So, das ergibt aber nur Sinn und nur genau dann Sinn, wenn ihr auch Erinnerungen habt. Wenn ihr keine Erinnerungen habt, ergibt Zeit als Konzept überhaupt keinen Sinn mehr. Gar keinen. Dann existiert Zeit nicht mehr. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich jetzt gerne hin möchte, dass die Wahrnehmung von Zeit in dem Punkt nahezu gleichzusetzen ist mit dem Element der Selbsterkennung ist. Also das Erinnern ermöglicht euch überhaupt erst bewusst zu sein, weil für Bewusstsein braucht es Reflexion, für Reflexion braucht es Zeit und für Zeit braucht es Erinnerung und naja, Erwartung. So, das heißt, die Zeit ist ein Element der Erinnerung und der Erwartung und das Bewusstsein ist möglicherweise ein Element der Erinnerung und der Erwartung. Jetzt nochmal ganz klar Disclaimer, das ist keine Physik, das ist Philosophie. Die Frage darf im Raum stehen, weil sie physikalisch ungeklärt ist und deswegen macht es Spaß darüber nachzudenken, mir zumindest sehr viel. Wie war denn das? Wir erinnern uns, vielleicht waren einige von euch bei meinem Quantenphysik-Vortrag, da gibt es diese Wellenfunktion. Diese Wellenfunktion beschreibt das Universum sehr präzise, blöderweise eben nur als Raum von Wahrscheinlichkeiten. Solange niemand hinschaut, ist das Photon sowohl durch den halbdurchlässigen Spiegel gegangen oder nicht. Ja, also als auch nicht. Ich sage lieber, es ist weder durch den halbdurchlässigen Spiegel gegangen, noch ist es reflektiert worden, weil zu dem Zeitpunkt, wo noch niemand hingeschaut hat, ist das noch nicht klar. Und wir können zeigen, dass es noch nicht klar war, was wir nicht zeigen können, an welchem Moment. Und da spielt die Zeit wieder eine Rolle. In welchem Augenblick bricht denn diese Wellenfunktion in sich zusammen? Ist das der Augenblick, wo das Photon, das durch den halbdurchlässigen Spiegel ging, hinten an den Schirm klatschte und damit klar war, jetzt ist es durchgegangen? Oder ist der Schirm selbst, das Messgerät selbst, in einem Zustand zwischen gemessen und nicht gemessen? Und es entscheidet sich erst, ob das Photon durch den halbdurchlässigen Spiegel durchgegangen sein wird, wenn jemand ein Bewusstsein dieses Messgerät abliest. So, das ist physikalisch gesehen völlig unentscheidbar. Und jetzt will ich euch ganz, ganz weit raus, weg entführen. Wenn das so ist, dann würde das doch möglicherweise bedeuten, also wir alle wissen, das ist wahrscheinlich nicht so, aber es ist ein schönes Gedankenmodell, dass das gesamte Universum in einem kolossal gigantischen Überlagerungszustand aller, absolut aller Möglichkeiten, die es hätte gegeben haben können, zu jedem Zeitpunkt der letzten 13,82 Milliarden Jahre in einer Überlagerung all dieser Zustände ist. Weil für kleine Dinge können wir das zeigen. Wir können zeigen, dass je konkreter wir es rausfinden können, umso besser verstehen wir, dass diese Überlagerungszustände auch für größere, makroskopischere Elemente gelten. Und dass auch große Kohlenstoff-Buckyballs tatsächlich Beugung am Gitter zeigen, also auch diesen Wahrscheinlichkeitsüberlagerungszustand zeigen. Es gibt physikalisch gesehen, von diesem Entropiebegriff mal abgesehen, der ja sehr eng mit der Zeit verknüpft ist, überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass, bevor nicht das erste Bewusstsein auf dieses Universum schaute, das gesamte Universum in einem gigantischen Überlagerungszustand aller denkbarer Universen gewesen ist. Und erst in dem Moment, wo die rein theoretische Möglichkeit bestanden hat, dass ein Universum, dass ein Bewusstsein auf dieses Universum gucken könnte, ist das quasi rückwärts in der Zeit, bis zum Beginn des Universums, in dem dann einzigen möglichen Pfad zusammengebrochen. Und hat unser Universum quasi rückwärts produziert, als Zusammenbruch einer großartigen Wellenfunktion. Das klingt jetzt noch ein bisschen bescheuert, aber das führt uns jetzt dahin, wo ich euch eigentlich haben möchte. Es gibt eine physikalisch, und jetzt werden wir in diesem Grenzbereich, Philosophie und Physik bleiben, eine physikalisch sehr interessante Theorie. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir auch noch genug Zeit für Fragen haben, weil das wirft natürlich ganz viele Fragen auf. Es gibt eine physikalisch sehr interessante Theorie. Wir stellen fest, unser Universum dehnt sich aus. Wir stellen weiter fest, das, was wir heute messen können und wissen. Ich weiß, es gibt ein paar Physikerinnen und Physiker, die sehen als anders. Aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass es so etwas wie dunkle Energie gibt, die die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Und damit dehnt es sich immer weiter aus. Die Entropie nimmt immer weiter zu. Das geht bis ins Unendliche so weiter. Solange nicht noch irgendwas passiert, wonach es überhaupt nicht aussieht, wird das also alles in einem gigantischen Endzustand ändern, der nicht völlig flach ist. Weil wir haben ja immer noch diese Quantenfluktuationen. Wir haben ja immer noch Ripples, wir haben immer noch Heisenbergs Unschärferelationen und so weiter. Also alles faded aus in einem unendlich großen und unendlich voneinander getrennten Universum, in dem quasi nichts mehr zu irgendetwas anderen räumlich verbunden ist. Alle Dinge werden irgendwann räumlich, deswegen habe ich das vorhin erklärt, voneinander getrennt sein. Das heißt, Informationen werden sich dazwischen nicht mehr austauschen lassen. Aber wir werden weiter diese Quantenfluktuationen haben, die zum Spontanen entstehen und Vergehen führen. Das hat unter anderem mit der Hawking-Strahlung zu tun. Das führt sehr weit weg. Worauf ich raus will, ist, es ist in einem solchen unendlich großen, unendlich alten, weil das geht ja immer so weiter, diese Zeit hört ja nicht auf, das stoppt ja nicht, in diesem Universum passieren immer noch Dinge. Das sind nicht viele, aber sie passieren. Und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, und die hat auch jemand ausgerechnet dafür, dass in diesem gigantischen, zerfluktuierten Universum zufällig ein Gehirn entsteht. Und zwar ein Gehirn komplett mit allen Erinnerungen an ein komplettes Universum. Das nennt man ein sogenanntes Boltzmann-Gehirn. Und es hat jemand ausgerechnet, also das waren ernstzunehmende, seriöse Menschen, naja, es wird jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben, die mir widersprechen, aber ich halte die Herleitung für valide. Ich will ja auch euch nur darauf helfen, beschäftigt euch mit diesen Dingen, die sind mega spannend. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Boltzmann-Gehirn in einem beliebig großen, unendlich andauernden Universum besteht, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas überhaupt entsteht, entsteht in den physikalischen Gesetzen, die wir heute kennen, ist 10 hoch 10 hoch 51. Also eine 10 mit 10 hoch 51 Nullen dran. Das ist bizarr, unwahrscheinlich, bizarr, unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Universum entsteht, das ist wie unseres, in dem Materie entsteht, obwohl es viel wahrscheinlicher ist, ist, dass ein Universum in einem Universum keine Materie entsteht, in dem die physikalischen Gesetze sind, wie sie sind, sodass Materie klumpt und zu Sternen und Planeten führt, was ja nun eine umgekehrte Entropie an dieser Stelle ist, zumindest lokal hier mal. Die Ordnung im Stern ist ja viel größer als in einem zerstrahlten Universum usw. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Universum entsteht, wo Planeten um Sterne kreisen, wo dann auf diesem Planeten Leben entsteht, dass dieses Leben auf diesem Planeten sich zu intelligentem, bewussten Leben entwickelt usw. Wenn man alle Parameter nach den gleichen Kriterien, das ist wichtig, also nach den möglichst gleichen Kategorien und Konzepten in eine Wahrscheinlichkeit packt, ist 10 hoch 10 hoch 123. Das ist astronomisch viel schlechter. Es ist also nach allen physikalischen Gegebenheiten, die wir heute so bisher erforscht haben, um einen gigantischen Faktor, wahrscheinlicher, dass, und jetzt mag das jede und jeder von euch für sich gelten lassen, dass dein Gehirn mit allem, was du hier siehst, mit mich hier sitzen, in Wirklichkeit ein eben gerade, spontan entstandenes Bolzmann-Gehirn in einem an sich schon völlig zerstrahlten und gigantisch ausgedehnten Universum ist und das hier alles als Erinnerung mit entstanden ist, inklusive der ganzen Erwartungen, die du daraus hast, die erforderlich sind. Und da schließt sich der Kreis, dass du sowas wie Zeit wahrnimmst. Will sagen, es ist unmöglich, und das ist jetzt wieder rein philosophisch, unmöglich zu entscheiden, ob euer Gehirn gerade spontan entstanden ist und einfach nur einen Zustand hat aus Erinnerung, einem vermeintlichen Punkt in der Gegenwart und einer Erwartung in eine Zukunft oder ob dieses Universum wirklich echt ist. So, die Wahrscheinlichkeit von ganz vielen Faktoren, man kann das retten, ich erkläre auch gleich warum und wie, aber die Wahrscheinlichkeit erst mal aus den physikalischen Grundlagen, die wir kennen, dass ein solches Bolzmann-Gehirn ist, das, was euch gerade, jeder, jedem Einzelnen von euch vorgaukelt, hier zu sitzen und mir zuzuhören, dass das spontan und zufällig entstanden ist, in der Tat größer und wenn es keine Grenze gibt, dass dieses Universum sich immer weiter ausdehnt und wenn es keine Grenze gibt, dass diese Fluktuationen nicht weiter fortbestehen, dann muss es unendlich viele solcher Bolzmann-Gehirne geben. Das bedeutet ja Unendlichkeit. Unendlich bedeutet, dass egal wie unwahrscheinlich es ist, wenn es nicht unmöglich ist, passiert ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Könnten Sie mir sagen, welche Zeit wir gerade haben? Ich würde sagen, nein. Schade. Einen schönen Tag noch. Gerne. Also, wir sind uns nicht sicher und jetzt wäre sehr schön, wenn Joscha Bach, der leider hier, soweit ich das weiß, keinen Talk hält, die ich immer sehr genieße, hier säße und wir könnten anfangen, darüber zu philosophieren. Ich will euch nämlich noch, und ein bisschen Zeit haben wir noch, noch auf den Punkt helfen, heben. diese Betrachtung der Bolzmann-Gehirne unterscheidet sich in genau nichts von Joschas Lieblingsbetrachtung, nämlich, dass unser Universum komplett simuliert ist. Ob das jetzt ein Computer ist, der irgendwo gebaut wurde von einer, was auch immer, Intelligenz, oder ob das, und das ist ja auch eine interessante Betrachtung, die bei so einem Element wie Zeit vielleicht mal nicht vergessen werden sollte, dass es auch sein kann, dass sich, und das ist übrigens auch nach allem, was wir heute wissen, wahrscheinlicher, rein statistisch gesehen, als dass dieses Universum völlig spontan so entstanden ist. Wir retten das gleich alles wieder, keine Sorge, aber es ist genauso gut möglich, dass sich evolutionär, also dieses Gehirn hier hat sich evolutionär entwickelt, das ist ein Computer, ein echt fetter, krasser Hochleistungscomputer, mit Fähigkeiten, die wir heute noch nicht im Ansatz imstande sind, mit den leistungsfähigsten Rechnern, die wir haben, zu simulieren und nachzubauen, aber das ist evolutionär entstanden. Warum ist nicht ein Computer entstanden, evolutionär, der dieses Universum simuliert? Warum ist das Universum kein zellulärer Automat, wo Elemente untereinander in Verbindung stehen und miteinander Operationen ausführen? Ich will sagen, die Quantenphysik lässt sich genauso gut, und das ist das Interessante, also die Kopenhagener Deutung in allen Ehren ist eine gute Sache, aber die Quantenphysik lässt sich genauso gut beschreiben, als eine Simulation eines Universums, wo ihr kennt das alle, ihr habt den Bildschirm, ihr guckt jetzt gerade auf die Burg in eurem Spiel und versucht diese gerade irgendwie, die Wände einzureißen, hinter euch fährt gerade ein Schiff durchs Bild, und ihr guckt da aber nicht hin. Der Computer wird natürlich einen Scheiß tun, dieses Schiff zu berechnen. Da guckt ja keiner. Das ist ja völlig... Warum sollte der Computer dieses gesamte Universum berechnen, wenn jetzt hier gerade ja gar niemand hinguckt? Erst wenn ihr euch in diesem Spiel rumdreht und auf dieses Schiff schaut, stellt der Computer fest, was hatten wir denn für Grundparameter, was hatten wir denn für Elemente? Ah ja, mit dem, was wir jetzt haben, müsste dieses Schiff jetzt dastehen. Und erst in dem Moment berechnet das. Das ist überraschend parallel zu der Feststellung, dass dieses Photon beweisbar, und das wiederum bitte ist echte Physik, beweisbar erst die Entscheidung trifft sich, also erst entscheidet, ob es durch den halbdurchlässigen Spiegel gegangen ist oder nicht, wenn eine Messung stattfindet, wobei wir eben nicht sicher sind, was die Messung ist. Ja? Aber in der Zwischenzeit ist es nirgends. Dieses Photon ist, solange niemand hinschaut, tatsächlich nirgends. Das ist absolut, es hat nur eine Wahrscheinlichkeit. Das sagt die Schrödinger Gleichung. Wir können jetzt die anzweifeln, die funktioniert leider wahnsinnig gut. Wir können sie nur nicht interpretieren. Wir können jetzt also nur sagen, guck mal, es gibt interessante Parallelen zwischen der Simulation, die wir in einem Computerspiel vornehmen, inklusive der Simulation von Zeit in diesem Computerspiel. Das ist ja unser Thema. Die Zeit, ja? So ein Computerspiel könnt ihr an jedem Zeitpunkt einfach anhalten. Pause. Ja? Dann geht ihr pullern, holt euch was zu trinken, kommt zurück, weiter. Ja? Stellt euch vor, diese Figürchen in diesem Computerspiel hätten Bewusstsein. Die hätten nichts gemerkt. Die wüssten davon überhaupt gar nicht. Die wären völlig chancenlos, herauszufinden, ob sie in einem Computerspiel sind. Ich empfehle die, ja jetzt vor kurzem rausgekommene Serie Westworld zu diesem Thema, hat mich sehr begeistert. Da kommen auch viele der Gedanken her, mit denen ich mich da gerade beschäftige. Aber es ist für solche Wesen in diesem Computerspiel völlig unmöglich zu entscheiden, ob da jemand gerade auf Pause gedrückt hat. Es ist auch völlig unmöglich zu entscheiden, herauszufinden, wie lang diese Pause war. So, und ja, wir haben jetzt also einen Begriff der Zeit, der nichts mehr wert ist. Weil wir können dieses Computerspiel einfach anhalten und gar nicht weiterspielen. Was heißt denn das für dieses Bewusstsein? Dieses Bewusstsein hat dann nur noch ein Potenzial für Weiterleben. Das hängt jetzt auf Gedeih und Verderb davon ab, ob in irgendeiner Zukunft mal irgendjemand wieder auf Play drückt und weiterspielt. Und ob man das tut oder nicht, ist für dieses Bewusstsein in diesem Computerspiel völlig absolut irrelevant. Und das ist eigentlich dann der Teil, wo ich gerne mit euch drüber reden möchte und deswegen ein bisschen mehr Raum lassen. Wieder philosophisch betrachtet, ist das identisch mit dem Zeitpunkt des Todes. Der hat nämlich einen Anfang, aber kein Ende. Weil die Zeit genau in dem Moment stehen bleibt. Es ist völlig unentscheidbar, ob es dann weitergeht oder nicht. Weil wenn die Zeit etwas ist, was voraussetzt, dass ihr es bewusst wahrnimmt und das könnt ihr dann ja nicht mehr, ist klar, dann endet die Zeit genau in diesem Augenblick. Für alle anderen geht es weiter, aber für mich in dem Moment geht es nicht weiter. offen bleibt die Frage und das ist ja wieder eine sehr philosophische, interessante Frage, drückt dann vielleicht irgendwann, irgendwie, irgendjemand nochmal auf Play und es geht weiter. Und habe ich das dann gemerkt? Werde ich das dann bemerkt haben? Da sind wir in einer der Interpretationen der Quantenphysik, die viele Weltentheorie. bin ich in der Welt, nachdem jemand auf Pause gedrückt hat, sprich, mein Tod sozusagen herbeigeführt hat, bin ich dann in der Welt, in der ich tot bin oder bin ich in der anderen Welt, in der es eine Wahrscheinlichkeit dafür gab, dass ich weiterlebe? So, damit möchte ich gerne den Vortrag über die Zeit schließen und euch noch Zeit lassen, eure Gedanken dazu. Die interessieren mich jetzt wirklich sehr. Es war ein bisschen ein Experiment, weil es hat nur zu teilen mit Physik zu tun und jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielen Dank. Da die Technik klemmt. Ja. Ah, jetzt geht's. Ja. Sehr schön. Ich habe hier das eine Saalmikro. Andi läuft rum mit dem zweiten Saalmikro. Danke dir, Steini. Das war sehr erhellend oder auch ich hoffe verwirrend. Verwirrend auch. Meine Idee war, ein wenig zu verwirren. Ja, verwirren ist auch immer wichtig. Ihr hebt einfach eure Hände, wenn ihr Fragen habt und das erste Mikro ist auch schon drückend. Ich will nicht nur fragen, ich will eure Meinung. Ah, ja, okay. Eure Philosophie dazu, eure Gedanken. Bitte. Ja, ich habe gleich erst mal erst mehr eine Frage. Also auf jeden Fall, das mit dem Verwirren hat sehr gut funktioniert. Danke. Mehr als bei den Vorträgen in den letzten Jahren. Du hast dich jetzt öfter berufen auf ein Bewusstsein. Also auch jetzt zum Schluss halt und dann auch bei dem Beispiel mit dem, wenn einem das erste Mal das Bewusstsein da ist, dass es sich dann zurück irgendwie die Welle ergibt oder das Universum erst überhaupt erst mal bildet. Aber was, hast du irgendwie eine Vorstellung, eine Definition von Bewusstsein oder auf was für Definitionen würdest du dich da berufen? Weil es ist ja jetzt auch nicht einfach so zu sagen, der Mensch ist gleich das Bewusstsein, sondern da gab es ja vielleicht was davor oder irgendwas dazwischen. Ist das so? Das ist eine interessante Frage. Beschreib mal den, ersten Zeitpunkt an dem du sagen würdest, dass da manifestierte sich dein Bewusstsein. Bewusstsein ist so ein ganz schwieriges Thema. Das ist so eng mit der Zeit verknüpft und genauso beschissen zu erklären. Bewusstsein ist, ja, hat mit Zeit und mit der Erinnerung zu tun. Ich kann für mich sagen, es gibt keinen physikalisch guten Grund anzunehmen, dass ich zweifellos mein Leben bis hierher so gelebt habe, wie ich glaube, es gelebt zu haben. So, was heißt das für das Bewusstsein? Beschreib den ersten Moment deines Bewusstseins. Ich könnte den nicht beschreiben. Also, als neugeborenes Baby hatte ich den bestimmt nicht. Wann ist das Bewusstsein entstanden? Was ist der Moment, wo man sagen würde, oh, jetzt war ich bewusst, selbstbewusst? Was heißt das für eine Fliege? Hat eine Fliege hinreichend Erinnerung, überhaupt Zeit zu empfinden? Oder ist das ein Mechanismus? Was heißt das für einen Roboter? Hat ein Roboter, obwohl er ein Zeitempfinden, hat er auf jeden Fall mögliche Erinnerungen und daraus folgt auch was, aber folgt daraus auch automatisch, dass für den Computer, für den Roboter in dem Sinne Zeit vergeht? Also, im Sinne der Selbstwahrnehmung, du merkst schon, das ist holprig mit dem Bewusstsein. Ich finde auch den Aspekt ganz spannend, wie sich dann tatsächlich auch so Erinnerungen hacken lassen. Oh ja. aber wir haben ja noch mehr Fragen und Anmerkungen und Welterklärerinnen. Ja, hi. Ich wollte einmal fragen, inwieweit sich das mit Demenz erkranken, gerade im fortgeschrittenen Alter, also im fortgeschrittenen Stadien, da ist das ja mit der Zeit auch so eine Sache. Guter Punkt. Empfinden die Zeit, also ist für die Zeit überhaupt noch aktuell? Oder ist das gar nicht schwer so wirklich eine Sache? Weil an sich leben die ja auch in den Tag hinein sind sozusagen zeitlos. Ja, extrem gute Frage, da kann ich, wie soll ich anders antworten, ja woher soll ich das wissen? Das Problem ist, man kann die Demenzerkrankten im Endstadium ja auch nicht mehr fragen. Das ist halt schwierig, also an irgendeinem Punkt verliert sich auch dieses Zeitempfinden. Und das hat ja offensichtlich bestätigt ja die Idee, mit Erinnerung und Erwartung zu tun. Ja, Erwartung entsteht ja ausschließlich aus Erinnerung. Also wenn wir dem Menschen jetzt seine Erinnerung nehmen, nehmen wir eben automatisch das Bewusstsein. Ja, und damit auch jedes Zeitempfinden, die Frage, die im Raum stehen bleibt, wieder dann, wieder quantenphysikalisch, ähm, nochmal, es gibt keinen bekannten Mechanismus, der physikalisch gesehen dazu führt, dass die Zeit voranschreitet, dass sie eine Richtung hat, auch in der Relativitätstheorie ist das einfach nur so ein Pfeil in einem Koordinatensystem. Ja? Da hast du so einen Grafen in diesem vierdimensionalen Koordinatensystem. Eine Richtung hängt da nicht dran. Gibt es nicht. Ja, also, ganz gute Frage, was unterscheidet einen fortgeschrittenen Demenzkranken von, ich weiß, das klingt total bescheuert, aber es geht mir jetzt nur um das Bewusstsein, was unterscheidet ihn in seiner eigenen Wahrnehmung, in der Erinnerung und so weiter von einem noch nicht geborenen oder neu geborenen Menschen. Und was heißt das, an welcher Stelle entsteht die Zeit als Kind für euch, als Wahrnehmung? Und, ja, interessante Frage, existiert die Zeit auch, wenn ihr sie nicht wahrnehmt? Oder, um es mit den großen Quantenphysiären zu sagen, ist der Mond auch da, wenn jemand hinschaut? Oder, noch konkreter, naja, unkonkreter, konkreter, Erwin Schrödinger, mit der Erkenntnis, es ist in diesem Universum, die Gesamtanzahl von Bewusstseinen in diesem Universum ist genau gleich eins. Es geht also immer nur, ihr könnt immer nur eine Aussage über ein einziges Bewusstsein machen, das ist euer eigenes. Oder, wie ich gerne sage, das Gehirn hat keine Augen, das hat auch keine Ohren, das kriegt nur sensorische Elemente. Ich versuche es noch anders, stellt euch einen, hier da hinten, sehen wir welche, RoboCup-Fußballroboter vor. Der spielt, der nimmt über Kameras und Sensoren seine Umwelt wahr und führt jetzt Aktionen durch. Die werden ganz konkret trainiert, indem man hinten was anstöpselt, was bestimmte Spielzustände simuliert. der kriegt dann die Videobilder eingespielt, der kriegt die Sensordaten eingespielt, das ist ein Replay von dem, was in realen Spielen vielleicht auch bei anderen Robotern passiert ist. Stellt euch vor, dieser Roboter hätte ein Bewusstsein, das ist für den unmöglich, das, was da kommt, von der Realität zu unterscheiden. Wir als Menschen haben nur eine einzige und das ist wirklich wahnsinnig bedauerlich und das macht aber auch so viele Probleme, gerade bei Menschen, die du gerade angesprochen hast, die in ihrer Erinnerung eingeschränkt sind und damit auch in der Verwertung von Kausalitäten eingeschränkt sind. Wir haben nur eine Möglichkeit, Traum von Wirklichkeit zu unterscheiden und das ist, die Realität ist konsistent. In der Realität habe ich die Möglichkeit, festzustellen, sie ist verstehbar. Der Traum ist nicht zwangsläufig konsistent und irgendwann bilden sich sozusagen, läuft das auseinander, da wird sozusagen, im Traum werden Dinge, ja, da stimmen plötzlich physikalische Gesetze nicht mehr, da passieren magische Dinge, das ist nicht mehr konsistent. Die Realität, das, was ich als Realität beschreibe, ist aber konsistent oder ich definiere, ich beschreibe sie wieder per Definition als, ja, inkonsistent und deswegen Traum. Ja, aber in Wirklichkeit unterscheidet sich Traum von Wirklichkeit durch nichts, außer, dass ich mich relativ gut darauf verlassen kann, dass in Wirklichkeit keine inkonsistenten Dinge passieren. Was übrigens nicht jeder, da würde nicht jede und jeder zustimmen. Ja, es gibt eine Menge Menschen, die glauben an jede Menge Inkonsistenten in dieser Realität. Ja, wow, wie unterscheidet ihr das denn von Traum? Ich finde es interessant, aber geht das so ein bisschen, beschreibt das so ein bisschen die Frage? Das ist schwierig. Es gibt dafür, nicht nur ich habe keine, ich habe auch keine gefunden, keine vernünftige Antwort auf diese Frage und ich glaube, es gibt weder eine gute Antwort auf die Frage, was ist Zeit, noch eine gute Antwort auf die Frage, was ist Bewusstsein und es hängt so miteinander zusammen. Danke, wir haben auch Kommentare und Fragen aus dem Internet. Ja, aus dem IAC fragt Another You über das Vorwärts der Zeit, warum läuft das vorwärts, hast du eine Idee? Na ja, was heißt vorwärts? Also, es scheint sozusagen, wir können uns darauf einigen, unsere Alltagserfahrung ist und die gilt übrigens auch nicht für alle Bereiche der Quantenphysik gleichermaßen, kann ich auch gleich dazu sagen, wäre diese, diese, anderes Thema, sonst kommen wir richtig weit vom Weg ab, aber hatte ich versucht eingangs so ein bisschen anzureißen, dass das sozusagen die Dinge, wir uns darauf geeinigt haben, dass die Dinge in der Gegenwart aus der Vergangenheit kommen und in die Zukunft weitergehen, basieren letztlich darauf, weil die Entropie zunehmen muss. Den einzigen Parameter, den wir kennen, ist die Notwendigkeit der Zunahme von Entropie, um sagen zu können, ja, die Richtung ist gegeben, Richtung in Anführungszeichen dadurch, dass Entropie rein statistisch gesehen zunehmen muss. Ja, sonst gibt es keinen Grund, jeder Vorgang ist auch an sich reversibel. Also die Tasse kann auch wieder spontan zusammenhüpfen, physikalisch hindert sie nichts daran und in unendlich langer Zeit wird sie das auch unendlich tough tun. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, aber die ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, in den läppischen 13,82 Milliarden Jahren, die wir bisher hatten, werden wir das nicht beobachten. Aber das heißt nicht, dass sie das nicht kann. Aber beinhaltet das Wort Zunahme nicht schon eine Vereinbarung über die Richtung der Zeit? Absolut. Das ist absolut. Deswegen ist es ja auch so schwer und so ein heikles Deswegen sagte ich auch, die Zeit zu messen bedarf eines Intervalls. Und da steckt die Zeit ja nur halt mal drin. Das ist ja schon doof. Das ist ja schon das Problem. Wir haben jetzt hier noch eine Minute für eine unendliche Anzahl an Kommentaren und Fragen und Antworten auch auf deine Fragen. Dabei habe ich uns doch so viel Zeit gelassen. Guten Abend, mein Name ist Christian Klöhr und ich möchte mich auf den Gedankengang Zeit und Bewusstsein einlassen. Du sagst, ohne Bewusstsein und ohne Erinnerung gibt es keine Zeit. Darauf lasse ich mich ein. Ich bewege mich mal in Gedanken, weil ich ja keine Zeit brauche, mal eben woanders hin und mache ein Foto. Ich sehe eine y-förmige Struktur. Weil ich ja keine Zeit brauche, kann ich auch beliebig viele Fotos in der machen aus verschiedenen anderen Zeitebenen und ich habe mich hinbewegt in das Deutsche Museum nach München und ich habe eine Nebelkammer fotografiert und ich habe gesehen, wie sich mehrere Fotos zusammensetzen gleichzeitig, wo ein Teilchen sich bewegt hat und in zwei andere Teilchen zerfallen ist. Aus dem Foto aus dem Y kann ich daraus nicht schildern, was ich da gesehen habe, dass dort ein Teilchen sich bewegt hat, in der Vergangenheit eine Nebelspur hinterlassen hat, sich kurz bevor ich fotografiert habe, zerteilt hat und in zwei andere Teilchen aufgelöst hat. Kann ich diesen Schluss nicht ziehen? Nee, kannst du nicht, weil entweder existiert die Zeit gemacht, die Zeit machen, weil die Zeit ja jedes Mal stehen bleibt, wenn ich aufhöre, mich zu erinnern und die Zusammensetzung der Fotos, die ich im späteren Zeitpunkt gleichzeitig angucken kann, lässt mir die Schlussfolgerung zu, dass es so etwas außerhalb meines Wurzern geben kann. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, das kannst du tun. Es gibt da einen sehr schönen Film, wie heißt der gleich, Memento. Diesen Film empfehle ich allen, die Bock haben, sich mit Zeit zu beschäftigen. Der fängt am Ende der Geschichte an mit einem Menschen, dessen Gedächtnis nur zehn Minuten hält. Der hat also nur dieses Kurzzeit- und Ultrakurzzeit- Gedächtnis und der kann sich an nichts erinnern, was älter ist als zehn Minuten und deswegen fängt die Geschichte hinten an. Wir sehen also die letzten zehn Minuten dieses Films quasi, also die letzten zehn Minuten der Geschichte, damit wir in derselben Situation sind wie dieser Mensch. Und davor sehen wir die zehn Minuten, die davor passiert sind und davor die und die. Und dieser Film arbeitet sich immer weiter sozusagen rückwärts in der Zeit, um uns selbst in der Geschichte zu halten, in der dieser dabei kommt raus, wie großartig, kolossal man Dinge missinterpretieren kann. Und natürlich kannst du das machen. Das mag manchen von euch schon passiert sein. Irgendwo gewesen zu sein, wo ihr Dinge getan habt und man nennt es glaube ich Filmriss bezeichneterweise und ihr wisst nicht mehr, dass ihr da gewesen seid. Und was ihr getan habt, findet dann aber Fotos, die ihr gemacht habt oder es wurden von euch Fotos gemacht, von Dingen, an die ihr euch nicht erinnert. Natürlich kannst du das machen. Du kannst dich selbst beliebig verarschen. Also brauchst du nur große Mengen Drogen zu konsumieren, dann hast du diesen Zustand hervorragend und kannst beliebige Fotos aneinander reihen und daraus beliebige Schlüsse ziehen. Kein Zweifel. Aber das ändert ja nichts daran, dass wenn du versuchst zu akzeptieren, dass es so etwas Realität gibt, dass dann halt eine Missinterpretation der Realität ist, weil du die Dinge dazwischen nicht erinnerst. Das heißt aber nicht, dass du schneller warst als Licht. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, okay, fein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir müssen einen Ort finden, wo alle 2000 Menschen, die jetzt hier gerade zuschauen, noch mit dir sprechen können. Ja, gerne. Vielleicht am Kadoschiff oder so. Schleift mich eigentlich einfach irgendwo hin, wenn ihr noch reden wollt. Ich komme mit. Genau. Danke, Steini. Ich danke euch. Ich danke euch.